Ja, da weiß ich nicht, wie das da hinkommt. Ich bin kein Wilderer. Interessiert mich nicht. Aha. Und nein, ich durfte das im Monat. Da hast du um 6. Um 6? Ja, unterwegs war ich. Im Wald war ich auf jeden Fall nicht. Ah ja, super Geschichte. Aber da lass dir mal noch was Gescheiteres einfallen, weil sonst kriegen wir das. Ich bin nicht der Wilderer. Natürlich nicht, am Weg. Scheiße. Schaut mal gestohlen, vor zwei Tagen bei Wirten. Aha, das trifft sehr gut. Wenn Sie, in einer Kappe, sich stöhnen lassen. Scheiterin ist, du lässt jetzt mal eine Geschichte einfallen. Sonst sagt sie es nicht. Was mir zeige ich. Ja, aber du bleibst nicht in der Nacht. Okay, passt. Du kannst nicht einfach da herkommen beim Fenster auffang rein. Wieso nicht. Du weißt genau warum. Hast du ein Bier getrunken? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Der scheiß Wachnerpult ist mit der Doppel. Die 14. Klausik. Ja mei Hans, du hast doch auch mal einen Jungen. Ja. Und? Und? Was weiß ich. Du weißt nicht, du weißt nicht. Jetzt Papa, lass ihn auch. Verschweiz sofort aus meinen Augen. Papa, hör jetzt auf. Dass ich dir nicht mehr sag, gell. Verschweiz. Du hast die Augen. Aber schnell. Lieser. Ja, das geht's ja nicht. Scheiße, Scheiße. Ja, das passieren können. Markus. Wo ist denn der Markus? Das so weiter geht schon, ja. Wenn der Markus dich nicht erwischt hat, dann ist er... Das gibt's nicht. Hast du ihn wenigstens gekannt? Hat er ihn gekannt? Nichts. Ist das nicht. Ist das vielleicht nicht gekommen oder was? Das wird von uns jetzt zwei gewinnen sein. Du hast recht. Ich verstehe, dass die Nerven schon wegen klein liegen. Ja, was macht's. Du hast recht. Aber ich verstehe, dass die Nerven liegen bei allen schon blank. Da ist jetzt jeder Markus. Hast du ein Geri gewinnen sein? Wieso soll es denn ein Geri gewinnen sein? Wo schaut's her, was ich... Du hast recht. Aber ich verstehe, dass die Nerven liegen bei allen schon nerven blank. Da ist jetzt jeder Markus. Kannst du ein Geri gewinnen sein? Ich verstehe nicht. Aber ich verstehe, dass die Nerven liegen bei allen schon blank. Da ist jeder Markus. Kannst du ein Geri gewinnen sein? Der Geri, wie soll es denn ein Geri gewinnen sein? Wo schaut's her, was ich gefunden hab, ein Zocke. Seht das wie er? Ich seh schon nichts gefällt. Du hast das Tuchtaus. Papa. Wieso liegt da seit Kaffee entwäldet man dann da? Er war bei mir, wie's passiert ist. Bei dir war er. Ich bin nicht der Müller, ich weiß es nicht. Ah, nicht? Ich hab mich anpackt. Ja, genau. Sag ich rier mich nicht an. Grüße, Maul. Ich soll mein Maul holen. Unser Dirtl zieht aus, weißt du so ein riesen Arschloch bist. Und ich... Ich, ich soll mein Maul holen. Unser Lieser, unser Dirtl zieht aus, weißt du so ein riesen Arschloch bist. Und du... Elisabeth! Elisabeth! Weiß ich nicht. Ja, weißt du wenigstens, wo wein der sein kommt. Ja, wir denn, wo eh? Die Jungen halt mir. Ein Festboxer, wie der Schnuppert heißt da. Da schau sie sich wie ein normaler. Schaut sie jetzt da mir so an. Die da sie ja schon gar nicht. Nein. Seid da jetzt mir so. Sie ja schon drei Wochen da nicht mehr drin gewesen. Du, du schreibst einmal mit den Weiberleid. Okay, Maul, das ganze nur einmal. Was? Grüß euch! Grüß euch! Grüß euch! Ich sag Maul, was geht denn mit euren Entwicklern? Herr Mittler, Maul. So, Maul. Fangen wir mal an. Ist das Schnee oder was? Nein. Weißt du schon. Ja, grüß euch Maul. Was geht denn mit euren Entwicklern? Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt. Und das... und... So. Hangen wir mal an. Wo willst du denn der von nicht 175er fahren? Nein, aber trotzdem dürfen wir nicht 175er fahren. Ich weiß. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. warte, das ist ja nicht so. Das ist ein guter Weg. Geh, Hans, wenn du mich schon gefunden hast, wirst du wissen warum. Scheiße, du bist bist du. Scheiße, du bist du.